Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und dieses Jahr kommen ja einige neue Games raus, unter anderem auch das neue Rainbow Six Siege. Ich werde das in dem Video jetzt übrigens bloß Rainbow Six nehmen, weil mir das immer ein bisschen zu lang wird, das Ganze. Und eine Sache nochmal vorneweg, mir geht es hier mit dem Video natürlich wie immer nicht darum, euch irgendwie meine Meinung aufzwängen zu wollen, deswegen fände ich es sehr schön. Die Leute, die die Beta gespielt haben, wenn ihr einfach mal eure Eindrücke in die Kommentare schreibt, wie ich das lesen kann, denn wahrscheinlich sehe ich das bestimmt nicht als Einziger so, allerdings gibt es bestimmt auch genug Leute, die das wieder anders sehen. Deswegen fände ich das ganz schön, wenn man sich hier mal ein bisschen über das Game austauschen kann. So, aber zurück zu Rainbow Six jetzt. Und aktuell läuft da die Beta, ich habe mir das Ganze so 7, 8, 9 Stunden irgendwie in dem Dreh angeguckt und viele Leute sind da gespannt. Der letzte Teil ist schon eine ganze Weile her, das heißt man darf da wirklich auch gespannt sein, was die Jungs da fabriziert haben. Und eine Sache, was natürlich heutzutage tatsächlich Standard ist, mit Werbesprüchen wird natürlich nicht gespart. Da wird auch schon mal vom Counter-Strike für die nächste Generation gesprochen oder sowas in der Richtung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, woher dieser Vergleich kommt und das ist ein Vergleich, der auch von allen Seiten oft gebracht wird. Also es wird gerne das neue Rainbow Six mit CS verglichen. Und außer, und ich kann mir vorstellen, wo das herkommt, außer, dass man ein Leben pro Runde hat, das ist in beiden Spielen tatsächlich so, ähm, nee, fällt mir da ehrlich gesagt wenig ein. Das fängt schon mit so ganz fundamentalen Sachen an, wie dem Waffenhandling. Während es einfach bei Rainbow Six sehr viel näher an einem beispielsweise Battlefield oder Call of Duty dran ist, mit Ironsides rumgewackelt, diesem ganzen Reihenzoomen, ähm, es ist einfach fundamental unterschiedlich zu CS. Also das Waffenhandling ist schon mal komplett anders. Auch das ganze Resource-Management, was man in CS hat, also sprich das Geld, fällt weg. Also man steht nicht vor der Situation, dass man sich fragen muss, hey, gehe ich jetzt safe in die Runde, ähm, kaufe ich mir vielleicht eine kleinere Waffe, dass ich so und so viele Kills mache, dass ich mir dann in der nächsten Runde schon eine AWP kaufen kann, gibt's da einfach nicht. Ähm, also sprich, dieses Resource-Management, das wird in Rainbow Six durch ein, sagen wir mal, recht eher mainstreamigeres Klassensystem, Gadget-System ersetzt. Also sprich, man kann sich für eine In-Game-Währung und In-Game-Unlocks, sowas hat ja mittlerweile tatsächlich jedes Game, das obligatorische Unlock-System, das muss einfach so sein, kann man sich neue Operator kaufen, die dann wiederum verschiedene, ähm, spezialen Gadgets haben, die sie einsetzen können, ja. Also sprich, es ist, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie die Klassen in Battlefield. Und der eine Operator hat ein Schild, der andere hat eine Drohne mit einem Taser dran, so in der Richtung, ja. Also sprich, das Resource-Management, was in CS gibt, gibt es nicht. Und das nächste ist, die Maps. Die sind auch komplett anders. Und ich weiß nicht, ob einer von euch mal Assault gespielt hat in CS. Die Leute, die früher schon CS gespielt haben, werden Assault mit Sicherheit kennen. Heutzutage in CSGO, Assault gibt's immer noch, ist allerdings, ähm, im normalen Matchmaking nicht drin. Erstens, weil es eine Geiselretten-Map ist und zweitens halt, weil es wahrscheinlich einfach nicht wirklich großartig balanced ist. Ähm, zumindest kann man das Ganze im Casual-Matchmaking spielen oder natürlich in Custom-Games, auf Custom-Servern, überhaupt keine Frage. Das ist eine Map, die besteht einfach aus einem Lagerhaus mit einem Eingang vorne, so einer kleinen Brücke, ein Luftschacht oben, eine Tür rechts und das war's. Ja, eine Map ist relativ klein mit einem zentralen Gebäude in der Mitte, wo man rein muss. Und ungefähr so, wie Assault in CS, sind alle Rainbow Six Siege-Maps, die es bisher zu sehen gab, aufgebaut. Ich hab die Alpha gespielt, da gab es dieses Ferienhaus und das Flugzeug. Ich hab jetzt die Beta gespielt, da gibt es ein Ferienhaus, eine Villa und, äh, ein Lagerhaus. Das ist allerdings alles sehr kleine Map, sehr kompakt, sehr Close-Quarter-lastig alles, kommen wir gleich noch dazu. Und ansonsten, ja, man kann snipern, allerdings darf man sich nicht vorstellen, dass man dann irgendwie einen halben Kilometer weg steht und dann rein snipern. Nee, nee, man steht auf einem Gerüst zwei Meter neben dem Fenster oder so. Also die Maps sind wirklich sehr kompakt, sehr Close-Quarter-lastig. Und, ähm, während es, äh, auf CS-Maps wirklich klare Strukturen gibt, die CS-Maps sind im Vergleich zu Rainbow Six-Maps ultra groß, ja, klar, man darf das jetzt auch nicht mit einer Conquest-Map, mit Battlefield vergleichen, aber die sind schon wirklich klein. Und während es bei einer CS-Maps ganz klare Punkte gibt, ähm, wo ganz klar strukturiert ist, wie das, wie das, wie das, wie sich das Game anfühlt, wie das Game verläuft und auch ganz klare Treffpunkte, also, ja, wo man weiß, hey, da ist er jetzt wahrscheinlich. So was gibt es in Rainbow Six an der Stelle gar nicht. Ähm, die Defender sitzen im Haus, die Attacker müssen das Haus stürmen. So weit von der Verteilung her eigentlich relativ klassisch, relativ simpel. Jeder hat nur ein Leben, gut, ähm, auch noch relativ klassisch, relativ simpel. Ähm, so ein Defender kann allerdings sehr wenig machen. Ähm, so ein Defender kann sich zwar in dem Haus bewegen, das er defenden soll, allerdings sollte er es tunlichst vermeiden, rauszugehen, denn sobald er rausgeht, wird er gnadenlos gespottet auf der Map und ist fast schon instant tot. Also jeder sieht, wo er ist. Und ihr könnt euch vorstellen, der wird es nicht lange machen, der wird nicht lange überleben. Und, naja, ich finde, da gibt es einfach extrem viel Leerlauf, gerade aus diesen Gründen. Aber zum Thema Leerlauf will ich gleich jetzt noch kommen. Aber erst noch was zum Thema Close Quarters. Und zwar, jeder, der die Beta gespielt hat, dem wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass das Einsatzschild der Attacker oder mancher Attacker-Klassen maßlos, absolut, übertrieben overpowered ist. Ähm, es ist nicht umsonst so, dass teilweise das komplette oder mindestens das halbe Team, übrigens gespielt wird, 5 gegen 5, aus einer 5. in der Schildklasse besteht. Das ist einfach so, dadurch, dass das Spiel eben sehr Close Quarter-lastig ist. Also, sprich, es geht halt nur um eine kleine Map mit einem Haus drauf und die Gebäude, äh, die Räume da drin sind natürlich dann auch relativ kompakt. Lässt sich wunderbar als Attacker da reingehen, da wirklich vielleicht sogar noch in eine Ecke mit dem Rücken zur Wand, tatsächlich Schild in der einen Hand davor und dann kann man mit der Pistole aus der Hüfte neben am Schild vorbeischießen. Die Pistolen sind auf diese kurze Distanz auch aus der Hüfte abgeschossen, ziemlich genau oder um zu sagen genau genug. Und selbst wenn der andere schnell genug reagiert und zuerst drauf schießt, zu 99% landen die Schüsse eben im Einsatzschild. Zumal, wenn man geduckt ist, auch extrem, also man bietet kaum Angriffsfläche, vielleicht ein bisschen der Fuß oder so. Und da muss man sagen, das ist schon wirklich OP und das ist wieder so eine Sache, wo man sich auch fragt, irgendwie, spielen die das vorher selbst nicht? Haben die das vorher nicht selbst ausprobiert? Na, kann es sich ganz nachvollziehen. Ähm, und jetzt kommen wir mal zum Punkt, den ich wirklich schick finde, dass man richtig geile Teamaktionen machen kann. Beispielsweise kann sich einer von oben abseilen mit dem Vorschlaghammer, kloppt die Scheibe ein oder das Fenster ein, ja, die Barrikade, der andere hängt am Seil schräg daneben, wirft eine Granate rein. Also wenn so Aktionen klappen, macht das richtig Spaß und gibt ein richtig gutes Gefühl, so, hey, geile Aktion gerissen. Das Problem ist, also man sieht, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ja, man sieht, wenn man es selbst spielt, diese Aktionen kommen sehr selten vor. Ähm, nicht, dass die Aktionen an sich schwierig werden, nein, das Spiel an sich ist sehr, sehr langsam und ich würde schon fast sagen, an vielen Stellen ermüdend. Einfach, ich versuche euch das mal so zu erklären, wie läuft so eine Runde ab? Als Attacker startet eine Runde, in der man, glaube ich, 30 oder 40 Sekunden mit so einer kleinen Drohne rumfahren kann und, äh, das Haus untersuchen, wo sich die Defender drin verschanzt haben. Ja, da kann man ein bisschen spotten, ähm, wo haben die, ähm, Stacheldraht hingelegt oder wo ist die Bombe versteckt, wo sind die, wo sind die Defender und sowas in der Richtung. Am Anfang findet man das richtig cool, mit einer Drohne rumzufahren. Denkt man, ja, coole Idee. Okay, spätestens nach dem zehnten Mal nervt's und es hat jeden, mit dem ich gespielt habe, genervt. Das läuft jedes Mal gleich ab. So, in der Zeit, wo die Attacker mit den Drohnen rumfahren können und, äh, das Einsatzobjekt erkunden, können die Defender sich noch ein bisschen mehr verschanzen, also sprich, ähm, Türen verstärken, dass man da nicht mehr so einfach, äh, mit einer Explosionsladung durch kann, sowas in der Richtung. Allerdings, es ist auch nicht gerade spannend, Türen zuzutackern. Und das heißt, man macht am Anfang beide Seiten erstmal was, was einfach übelst langweilig ist. Man kann ja auch als Defender noch nicht mal wirklich Taktiken sich überlegen, was man jetzt zumauern sollte, weil man nicht genau weiß, was die Attacker machen. Klar, man kann es so ein bisschen einschränken in die Richtung, wo liegt denn die Bombe, wo verstärken wir es am besten. Allerdings, es passiert einfach in dieser Zeit nichts Interessantes, nichts Spannendes. Das heißt, das ist schon mal relativ langweilig. Danach geht's los, wie das halt für ein, was schon üblich ist, für ein Taktikspiel, ähm, rennen die Attacker natürlich nicht wild drauf, um einfach mal da reinzustürmen und wahrscheinlich zu verrecken. Nein, die gehen taktisch vor, ne, die werfen dann ein Seil aufs Dach und versuchen sich abzuseilen oder, äh, versuchen irgendwie unauffällig da rein. Zumindest passiert die nächsten eineinhalb Minuten meistens auch noch relativ wenig. Wohingegen das für die Attacker gar nicht mal großartig schlimm ist, weil die ja wirklich was machen, ja. Also sprich, die gehen aufs Gebäude zu, versuchen gute, gute Winkel zu finden, wie man reinkommt. Ist das für die Defender doch schon weiterhin sehr langweilig. Weil so ein Defender kann zwar mal versuchen, irgendwie ein bisschen zu hören, wo sind dann die Attacker und sowas, aber in der Regel so richtig los geht's eigentlich erst, sobald, ähm, der erste Attacker irgendwie versucht, ne Barrikade, äh, zu explodieren oder so, ja. Ja, und danach ist das Gameplay nicht schlecht, danach geht's dann halt zur Sache, dann wird dann 20, 30 Sekunden rumgeballert und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Danach, sprich, kommt nochmal ein langer und ein meiner Meinung nach viel zu langer, ähm, zu Intermediate-Zwischen-Zwischen-Bild, ja, wo man nochmal neue Klassen auswählen kann und das dauert auch nochmal 5 Sekunden. Also sprich, man spielt so, wo wirklich was passiert, spielt man, sag mal, 40 Sekunden und dann wartet man zweieinhalb Minuten, bis es quasi weitergeht. Und das ist einfach die falsche, falsche, falsche Verhältnis. Und ich glaube nicht, dass es ein Design, also sprich, ich glaube nicht, dass die, ähm, sich anders ausgedacht haben, als sie es programmiert haben, weil ich glaube, die haben das wirklich genauso designt und genauso ist es geworden. Aber ich finde, es ist, es ist ermüdend. Es ist wirklich, es ist wirklich ermüdend und es ist, und es ist allen mehr oder weniger unabhängig voneinander aufgefallen, es ist einfach nach der, keine Ahnung, 20., 30. Runde, es ist langweilig. Es ist stinkelangweilig. Und das ist echt was, was einem Spiel nicht passieren sollte. Und es fühlt sich auch einfach an, wie einfach ein Drittel-Game. Da fehlt so das Was, Wie, Warum. Da fehlt einfach so viel. Das ist einfach so, so unbefriedigend leer irgendwie, wenn man das spielt. Und das sollte nicht so sein. Ich bin mal gespannt, wie da eure Meinung zu ist, wenn ihr es gespielt habt. Ähm, Taktik wirklich in allen Ehren. Und man kann jetzt beispielsweise im CS, weil wir am Anfang mal im Vergleich waren, und sicherlich nicht absprechen, dass da Taktik dahinter steckt. Oder in der Rush-Round in Battlefield ist auch eine gewisse Taktik dabei. Ähm, Taktik im Nichtstun ist keine Taktik. Ja, also, ich finde das Verhältnis ist einfach von Spiel zu drumherum, ist einfach nicht gewahrt in Rainbow Six Siege. Ist einfach zu unausgeglichen. Man macht zu selten was. Und wirklich die spaßigen Parts, die keine, wirklich ohne Frage vorhanden sind, kommt meiner Meinung nach viel zu kurz. So, das ist mein Fazit zur Rainbow Six Siege Beta. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Ganzen denkt. Jetzt haben wir mit der Stelle Schluss. Ach ja, eine Sache zum Schluss, das ist mir noch eingefallen. Ich hatte eine Host-Migration. Das will ich aber gar nicht, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Ich möchte das jetzt direkt wieder aus meinem Kopf einfach streichen. Sollte dieses Spiel in irgendeiner Form wirklich das Game of P2P laufen, ist es der Tod für dieses Spiel instant. Und, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Ich hoffe es nicht. Ich habe im Internet ein bisschen geguckt, angeblich läuft bloß das Peer-to-Peer-Voice-Over-IP. Also nein, das Voice-Over-IP, nur Peer-to-Peer. Warum auch man immer da was hosten, mal createn sollte. Ich weiß es nicht. Sollte dieses Spiel P2P laufen und nicht auf ordentlichen Servern, ist das instant der Tod für dieses Spiel. Das muss Ubisoft klar sein. Und ich hoffe, das ist ihnen klar. Und ihr könnt ja mal, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, wie eure Eindrücke von dem Spiel sind. Vielleicht sind die komplett anders als meines. Es geht ja nicht darum, dass ich euch jetzt irgendwie meine Meinung hier aufdrücken will, sondern, dass ihr schreiben könnt, wenn ihr das anders seht. Und dann, ja, ihr wisst ja, ich lese das eh alles. Äh, G2A-Link und so in der Beschreibung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.